Mit Camping, Koks und Hollywood von Bernd Spähling ist die Theatergruppe Schoost diesmal reif für die Insel. Mit 14 Akteuren in Haupt- und Nebenrollen gibt es ein Gedränge auf der Bühne wie schon lange nicht mehr. Unter der Regie von Cordula Stark, die die Kurdirektorin verkörpert, laufen die Proben auf Hochtouren. Premiere ist am Samstag, den 10. März im Schoester Café der ehemaligen Waldschenke um 20 Uhr. Neun Aufführungen sind in der urigen Gaststätte mit dem gemütlich beengten Spielraum vorgesehen. Neun Aufführungen sind in der urigen Gaststätte.